Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zu der täglichen Dosis Trash. Ich möchte mich erstmal zu Beginn des Videos bei euch bedanken für die ganzen Nachrichten, denn ohne euch wäre ich auf dieses Thema vielleicht gar nicht so schnell gekommen. Also vielen lieben Dank für die ganzen Nachrichten bei Twitter, Instagram oder auch per E-Mail, die mir immer auch aktuelle Themen und Vorschläge zusenden. Also vielen lieben Dank, ohne euch wäre der Kanal so auch nicht möglich. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet für die tägliche Dosis Trash, denn hier verpasst ihr nichts mehr rund um das Thema Wendler und Co. Also hier wird euch immer das Beste zusammengefasst, wenn es um Trash geht. Und heute geht es um die Kanzlei WBS. Der Anwalt klärt uns dort immer sehr gut auf. Christian Solmecke kennt man, wenn man auf YouTube unterwegs ist. Ich habe ihn schon seit Jahren abonniert, hat auch viel zu Artikel 13 und Co. gemacht, sehr gute Aufklärungsvideos auch gemacht in der Vergangenheit. Und diesmal geht es um Timo Berger und um Michael Wendler. Der Kanal von der Kanzlei WBS ist auch unten verlinkt für euch. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, falls euch das Video noch mehr interessiert oder dieses Thema, was er gesagt hat. Also dann schaut da gerne vorbei. Credits müssen immer sein. Auf jeden Fall möchte ich hier nochmal das Ganze auch zusammenfassen, was dort auch gesagt wurde zu dem Fall. Es steht ja im Raum, so muss ich mich jetzt ausdrücken, dass Michael Wendler dem Timo Berger 29.500 Euro schuldet. Das steht im Raum. Das wird behauptet von Timo Berger. Man weiß nicht, ob es stimmt. Und das für die Hochzeitsplanung, die in Las Vegas dann am Ende stattfinden sollte, die Hochzeit. Und da ist Timo Berger wohl in Vorkasse getreten und jetzt steht das im Raum. Ihr habt es ja alle die letzten Tage auch hier mitbekommen oder in den letzten Wochen, dass ich immer mal auch darüber berichtet habe. Jetzt geht das auch dann schon los mit dem Videoinhalt, denn dort wird es dann auch nochmal sehr interessant auch zusammengefasst, dass Michael Wendler da auch ein wenig gelogen hat. Denn so wirklich vorangekommen ist er anscheinend jetzt nicht. Das muss man auch mal so deutlich sagen. In dem Video von der Kanzlei WBS wird es sehr gut zusammengefasst, was wir uns ja auch alle schon gedacht hatten. Viele hatten ja auch mir unter meinem Video geschrieben, dass es ja nur eine einswertige Verfügung sei. Das sei ja gar nicht so ungewöhnlich und Co. Und das sagt uns hier Christian Solmecke in seinem Video im Prinzip auch. Fangen wir nochmal von vorne an. Michael Wendler hat die Klage in Hamburg gewonnen. Also in Hamburg wurde ihm recht gegeben. Die einswertige Verfügung wurde durchgewunken. Somit wird Timo Berger untersagt, noch weiterhin zu behaupten, dass Michael Wendler ihm Geld schuldet. Also diese 29.500 Euro. Das darf Timo Berger jetzt nicht mehr mit dem Namen Michael Wendler einfach so behaupten. Und das so sagen, Mensch, Michael Wendler schuldet mir so und so viel Geld. Das darf er jetzt nicht machen. Und auch alle Medien und Zeitschriften oder auch ich jetzt hier auf meinem YouTube-Kanal darf das nicht mehr behaupten. Ich darf darüber aber berichten. Also ich kann meine Meinung dazu sagen, aber ich darf nicht sagen, offiziell schuldet Michael Wendler Timo Berger Geld. Das darf ich nicht sagen oder behaupten. Und daran halte ich mich natürlich, dass es alles jetzt nur eine Vermutung, die im Raum steht und die Timo Berger behauptet. Das darf ich allerdings dann schon sagen. Und eine einstweilige Verfügung ist auch durchaus nicht ungewöhnlich. Gerade in der Medienwelt passiert das sehr häufig, dass Leute sich dann gegenseitig abmahnen, beziehungsweise sich auch versuchen, einen Maulkorb erstmal anzulegen, damit die Sache erstmal ruhig bleibt. Also das ist durchaus nicht ungewöhnlich. Allerdings geht es dann auch weiter, dass das Ganze ja auch nur eine vorläufige Entscheidung ist. Also eine Regelung vom Gericht, dass das jetzt erstmal nicht behauptet werden darf. Was dagegen faktisch falsch ist und von Michael Wendler jetzt so behauptet wird oder als Sieg verkauft wird, dass ja im Prinzip er jetzt nicht unschuldig dadurch ist. Also das wurde ja dort gar nicht besprochen. Also es wurde nicht viel über die Schulden geredet oder gesagt. Also heißt das nicht, dass das vielleicht noch irgendwie nochmal zu der Entscheidung kommen kann, dass Timo Berger recht hatte. Also das muss ja vor Gericht erst entschieden werden. Und das ist halt noch ein ganz wichtiger Punkt, dass das gesondert entschieden werden muss und das Ganze halt am Ende dort erst entschieden wird, wer dort recht hat und wer dann im Endeffekt auch gewonnen hat. Das ist jetzt wie gesagt nur die einstweilige Verfügung. Timo Berger darf das nicht mehr behaupten, bis das Ganze vor Gericht geklärt wurde. Ich darf darüber berichten, das darf ich, aber ich darf nicht behaupten. Timo Berger hat das gesagt und ich sage auch, das stimmt, das darf ich nicht. Ich darf allerdings sagen, das steht im Raum, laut Timo Berger und ich berichte darüber. Also ich hoffe, ich habe mich jetzt hier korrekt ausgedrückt und das richtig erklärt. Aber ich denke, die meisten haben mir jetzt gut zugehört und mich auch richtig verstanden. Ansonsten könnt ihr gerne auch Sachen zu dem Thema unten ergänzen. Viel hat sich jetzt nicht getan. Ich fand das dennoch ganz spannend und auch vielen lieben Dank an alle, die mir das halt weitergeleitet haben. Ich kann jetzt nur noch mal meine Meinung zu dem ganzen Thema sagen. Ich würde es schon ziemlich krass finden, wenn das stimmen sollte mit den 29.500 Euro. Ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus so ist, dass Timo Berger jetzt quasi diese Hochzeit dort geplant hat. Dann ist das jetzt anscheinend alles ins Wasser gefallen, beziehungsweise hat nicht geklappt. Und momentan haben es ja auch gerade die Tourismusbetriebe oder Unternehmen sehr schwer durch Corona. Und generell haben es ja auch viele durch Corona sehr schwer. Und dann sind dann einfach mal 29.500 Euro, die man ja auch zum Teil, paar Vorkoste anscheinend ausgelegt hat, natürlich eine ganze Menge an Geld. Und sollte das wirklich stimmen, ist das natürlich eine Frechheit. Das ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ich glaube, das könnte auch sein, dass Timo Berger recht hat, aber wissen kann ich es natürlich nicht. Angeblich liegt RTL auch die Rechnung vor und das wird natürlich dann vor Gericht noch weitergehen. Timo Berger ist ja auch noch siegesgewiss. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und ich werde natürlich auch über das Ganze dann berichten. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein. Das wird, denke ich, immer noch spannend bleiben, das ganze Thema. Interessant ist auch nochmal als kleiner Nebennachtrag, dass ja Michael Wender, das könnte euch vielleicht interessieren, auch ein Bild mit der guten Laura Müller gepostet hat. Und normalerweise ist es ja so, dass Laura Müller immer sehr schnell auch Likes verteilt hat. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass es jetzt kriselt, könnte aber so interpretiert sein oder werden. Und da berichten auch schon einige Zeitungen drüber. Ich möchte euch jetzt nur mal das erzählen, weil ich es ganz spannend finde, dass Laura Müller anscheinend das neueste Bild nicht geliked hat. Und das deutet eventuell, man kann es rein interpretieren, kann man aber auch lassen, dass vielleicht es doch da auch jetzt schon ein wenig kriselt. Weil normalerweise hat sie immer gleich geliked oder kommentiert. Und bei ihm kann man ja auch gar nicht mehr kommentieren. Also Kritik oder Lob ist ja momentan gar nicht gewollt bei dem guten Michael Wender. Aber auf jeden Fall hat sie zumindest das neueste Bild mit dem Bein und die Liebeserklärung von ihm nicht geliked. Also das muss jetzt nicht unbedingt, das erinnert mich jetzt auch schon ein bisschen an die Folge von South Park. Nach dem Motto, wenn man nicht bei Facebook befreundet ist, ist man ja kein Freund mehr. Also das muss jetzt nichts heißen. Aber in der Social-Media-Welt kann das durchaus darauf hindeuten, dass eventuell die nächsten Tage auch auf uns was zukommen könnte. Das ist ja zumindest meine erste Annahme. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein Abo da lassen würdet. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal bei der täglichen Dosis Trash. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir weiterhin so schön bei Instagram oder bei Twitter Nachrichten zuschickt. Das hat jetzt die letzten Tage sehr, sehr schön geklappt. Macht mir auf jeden Fall riesigen Spaß. Und ich freue mich riesig darüber, dass ihr mir täglich Lob, Kritik oder halt auch Themenwünsche schreibt. Denn ohne euch ist der Kanal schwer als einzelne Person machbar. Und wenn ich vielleicht auch mal einzelne Videos ein bisschen später bringe, verzeiht mir. Ich mache das alles komplett alleine und ich möchte täglich einen Upload bringen. Sonst würde ich mich kaputt arbeiten. Also ich kann das nicht wie Promiflash oder andere Portale abliefern. Das geht alleine nicht. Dann bräuchte ich einen Cutter und mehrere Leute, die mir die Recherche machen. Also ich mache alles komplett alleine und ich mache noch einen anderen Kanal. Bin noch mit anderen Sachen selbstständig und ich brauche noch ein bisschen Zeit für mich. Freizeit, Freunde, Familie und möchte auch gesund bleiben. Also muss ein bisschen Sport machen und genügend schlafen. Von daher seht es mir bitte nach, wenn manche Sachen ein bisschen länger dauern. Oder vielleicht auch mal, was im Video nicht hundertprozentig perfekt ist. Oder ich mich mal wiederhole und so weiter. Das wollte ich auch noch mal anmerken, weil manche sich da ein bisschen beschwert hatten. Dass ich auch manchmal ein bisschen Werbung mache zu viel oder wie auch immer. Das waren jetzt nur einzelne Leute, aber das war mir jetzt nochmal ganz wichtig bei diesem Video, das auch mit reinzubringen. Ansonsten war es das für heute und wir sehen uns dann morgen wieder um 12 Uhr. Bis bald und ciao, ciao.